Und...ja... Es ist so richtig toll, als wäre man da richtig neu... Merkt bei dir das aber auch? LOL Hey Loris, uns fehlt ein Reel Uns fehlen zwei Reels Kabelband? Äh... Fahr einfach, das juckt den Hammett wenig WTF? Hä? Fahr einfach, das juckt den Hammett wenig Hast du so'n Rap-Kit? Ne, hatte ich im Auto Fahr einfach, das juckt den Hammett echt wenig Dann sind beide Reifen von der Krieg Hinten wollt'n paar Überfälle machen Er rennt hin Lass mich aussteigen Ja Ne, rein 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 Ich muss auch im Auto kaputt Da kommt einer, da kommt einer direkt zu dir Gedanke laufen, Loris Direkt bei dir ist einer Ja Hätte ich nicht gesehen Soll ich mal aufsteigen? Nimm deine Waffe raus Nein, jetzt nicht Lass lieber Fall End über den Kopf sofort Los Er hat Überfall gecallt Mach nur wenn es safe ist, dann gibt es den Kopfschuss Aber nur wenn es safe ist Easy ist es Oh, was ist das hier Hallo Kommunikation Ja Ah, hier wird geschossen Ne, echt Lol Hä, ich mach das nicht Ich steh wieder auf Ich mach das nicht Deine Kommunikationsgerät ist weg, ne Wenn du irgendwas machst Was für die Mast Der eine Komunikationsgerät ist weg, ne Kopf suchen ist Vergessen, ne Ich hab' ich hab' doch gar keine mehr, aber ich hab' mir schon dreimal abgenommen Jetzt Ganz mal raten, was wollen wir von dir? Kupfer Ne Ja, das auch, aber was noch? Repair geht Ne, kein Repair geht Ich hab' aber keins Ich will dein verfickter Fahrzeug Jetzt gibt die Schlüssen Hä, warum denn das Fahrzeug? Äh, vielleicht, weil wir das Sammlerstück Hallo, siehst du? Mit Löchern den Reifen, das hat nur einer Wissen sie, wieso ziehen sie mir jetzt ein LKW ab? Ich bin hier seit zwei Tagen auf dieser Insel Und das ist jetzt hier Ich hab' mir den gerade eben gekauft, ja Mit meinem Kollegen Und jetzt kommt Ja, dein Kollege ist jetzt tot Das ist ihre Schuld, das wissen sie, ne Der Mord vor ihrem Kumpel geht auf sie Warum? Äh, weil sie Sie hätten ja sagen können, dass er nicht schießen soll Wenn er nicht auf mich geschossen hätte, wäre er jetzt nicht tot Meine Kommunikation Meine Kommunikationsmittel wurden abgenommen Ich konnte nichts machen Ich glaub' nicht, dass sie Ja, ja, ob ihre Kumpel selber gehandelt hat, das war Das ist möglich, aber dann ist er blöd Ja Ja, das stimmt Jetzt geben sie die Schlüssel Wir verarbeiten Wir wollen das Kupfer und das Fahrzeug Aber ich garantiere ihnen, dass das Fahrzeug nicht verkauft wird Oder zerstört Sie kriegen das wieder Dankeschön Okay, dankeschön Wenn sie die Schlüssel geben, ist das Fahrzeug noch heile Das verspreche ich Okay, gut Ja, darf ich Da muss ich aber Hände runternehmen Ja, ja Nimm die Hände runter Okay So warte Ich soll den Schlüssel geben Da wird auch nichts passieren Hat er gesagt Dann verspricht er mir, dass er Dass er dem Fahrzeug nichts tut Ja, danke Eben Wie gesagt, wir verarbeiten das Kupfer Wir verkaufen es Und daher kannst du dann wieder haben Wir schreiben dir, wo ist Und wenn wir Und sonst Ja Ja Finden sie ihn dann Okay, soll ich in meinen Ausweis geben Dass du meinen Namen hast Und meine Telefonnummer Ja, okay Ja, das ist noch klug Okay, warte Da, bitteschön Okay Danke Soll ich Soll ich weggehen Oder soll ich stehen bleiben Oder Ja, haben sie Haben sie einen Rucksack? Nee Okay, dann nicht Ja, dann Laufen sie Auf die Straße Teilen einander für es mitnehmen Wenn sie fragen, was passiert ist Sagen sie, sie haben sich verlaufen Okay Weil sie einen Saufabend hatten Guten Tag noch Tschö Ja, okay, mach ich Okay, gut Ja, schönen Tag Ihnen noch Dann rennen Los Aber nicht kaputt machen Ja Nein Du kriegst ihn wieder Los, renn jetzt Okay, gut Tschüss Tschüss Das ist unser einzigste Wir haben den erst gekauft vorhin Ja, schönen Tag Ihnen auch noch Tschö Glaub weiter nicht umdrehen Und keinen Scheiß erzählen sonst bist du tot Tschüss GmbH Schönen Tag dos Ott tres V tres T Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020